Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr vielleicht in meinen alten Videos schon gesehen habt, nutze ich sehr gerne das Autowax von Soft99, das Fusser Code. Und das gibt es einmal in einer hellen Version für helle Lacke, also so helles Silber oder hier meinen weißen. Oder natürlich gibt es es auch in einer schwarzen Version, speziell für farbige Lacke einfach. Und deswegen habe ich heute mal wieder Dominik am Start hier mit dem Wax für dunkle Lacke. Und wir wollen euch einfach nochmal zeigen, wie man das auf den Lack aufträgt. Und dann schauen wir uns einfach mal den Beading Sheeting Test an. Viel Spaß dabei! Ja, hier hält Dominik mal die zwei Autowaxe in der Hand. Einmal hier links die helle Version, die kennt ihr natürlich schon aus meinen Videos. Und hier, so sieht die Version für die dunkle Lacke aus, also für farbige Lacke sozusagen. Hier an der Seite könnt ihr noch unsere zwei Pads sehen. Das sind ganz einfache Amazon-Pads zum Auftragen. Es ist natürlich original noch hier in der schwarzen, auch in der weißen Version, noch so ein Auftrage-Pad dabei. Aber wir nutzen halt einfach mal zur Abwechslung mal die von Amazon, um die gleich noch mitzutesten. Und zusätzlich, danke Dumme, haben wir hier noch ein gutes Mikrofasertuch. Auch ähnlich Waffeltuch lässt sich super mit das Wachs abtragen. Und dann haben wir noch hier, von Amazon gibt es auch im Zweier-Set, hier so ein weiches, flauschiges Mikrofasertuch. Da ist auch ein Auftrag-Pad dabei. Das habe ich aber heute leider nicht mit. Aber mit dem kann man hier auch super das überschüssige Wachs dann abtragen. So, dann können wir direkt loslegen. Hier haben wir mal das Wachs. Hat so eine leichte türkise Färbung für die dunklen Lacke. Und hier haben wir das Original-Pad dazu. Ich habe jetzt hier schon mal eine kleine Ecke davon im Wachs mal eingetaucht. Ganz wichtig, ich wurde im letzten Video darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen viel Wachs genommen habe. Das war absolut richtig, deswegen achten wir heute darauf, dass wir wirklich nur eine ordentliche, aber dann auch völlig ausreichende Menge da nehmen. Und dann reiben wir einfach hier die vier Seiten. Und dann habt ihr hier das leicht benetzte Pad mit Wachs. Nehmen wir noch die vier Seiten. So, und das reicht erstmal völlig aus. Jetzt bin ich eine ganz, ganz dünne Schicht. Und wir führen heute einfach mal eine andere Technik vor. Ich habe hier das letzte Mal solche Wolken gezogen und das damit verteilt. Wir können ja auch heute mal diesen Kreuzstrich probieren. Und deswegen fängt jetzt Dominik einfach an, hier mit der Wachsseite einfach mal hier über den Lack drüber zu gehen. Und in so langen Linien einfach mal das Wachs aufzutragen. Ja, Doma hat hier natürlich schon angefangen. Und tut jetzt einfach in so einem Längstrich das Wachs auf der Motorhaube verteilen. Also wie wir gerade festgestellt haben, der Lack ist richtig, richtig stumpf. Da wäre vielleicht erstmal eine schöne Politur angebracht. Aber wir wollen erstmal heute, wie gesagt, das Wachs zeigen. Du kannst, ich nehme noch ein kleines bisschen. Aber der Lack ist von 2014. Ich denke mal, es hat noch nie irgendwie jemand hier eine Wachsschicht oder irgendwas aufgetragen. Also da wäre wirklich eine Politur erstmal angebracht. Aber wir wollen euch natürlich trotzdem das dunkle Wachs jetzt trotzdem mal zeigen. Also nehmt da ein bisschen Rücksicht. Und Dominik macht jetzt hier erstmal den Längstrich nach unten. Schau immer, dass du nicht zu viel Wachs hast. Also hier vorne sieht man schon den Wachs. Hier war vielleicht noch ein bisschen viel dabei. Aber weiter hinten sieht man diese ganz, ganz blasse Schicht. Also hier hinten ist dann richtig schön. Hier vorne haben wir ein bisschen viel genommen. Kannst du dann auch nochmal einmal hier vorne drüber gehen, ohne Neues zu nehmen. Ja, genau. Und dann nimmst du den einfach mit noch, mit in die Mitte. Genau. Brauchst du eigentlich jetzt keinen mehr nehmen. Das reicht völlig aus. Also lieber eine dünne Schicht, die lässt sich auch viel besser abtragen. Und ihr habt auch nicht so viel Überschuss dann im Mikrofasertuch nach dem Abtragen. Genau. Wir machen das Ganze bis zur Hälfte, um einfach mal den Unterschied dann zu zeigen. Dann geht es weiter hier im 90 Grad Winkel, wird der Wachs jetzt natürlich noch weiter in den Lack, in die Lackporen eingearbeitet. Und falls ich 2014 gesagt habe, Leute, das war ein Fehler von mir, hat mich Dominik gerade darauf hingewiesen, 2004er Baujahr war ja der Audi. Also der Lack ist wirklich schon sehr, sehr alt und hat echt sehr, sehr wenig Liebe und Pflege bekommen. Deswegen schauen wir einfach mal, dass das Fusher-Code von Softair 99 hier einfach noch ein bisschen Pflege auf den Lack bringt. Ja, also vielleicht sieht man es auf der Kamera. Also das Wachs tut jetzt richtig schön hier in die Motorhaube einziehen hier in den Lack und sich drauflegen und eine schöne Schicht bilden. Ist auch kaum noch zu sehen. Kannst ja noch einmal in Längsrichtung gehen, nimmst hier vorne nochmal das Wachs mit. Das hat es natürlich jetzt zusammengeschoben und das wird natürlich jetzt auch immer trockener. Und jetzt sieht man wirklich kaum noch das Wachs hier vorne, auch live hier bei uns auf dem Bild. Also das sieht richtig, richtig gut aus. So, und das Ganze lassen wir jetzt ungefähr bei den Temperaturen, wie sie jetzt sind, so 5, 6 Grad haben wir ungefähr, steht ja auch gut im Schatten das Auto, lassen wir ungefähr so 10, 15 Minuten einziehen. Gut, da sind wir wieder. Wir haben das Ganze jetzt so ungefähr 10 Minuten eintrocknen lassen und ich versuche es mal scharf zu stellen. Also ihr habt so, wie gesagt, eine ganz, ganz helle, milchige Schicht hier drauf, aber die ist sehr, sehr dünn. Also ich denke mal, es hat diesmal richtig gut funktioniert. Und da kann Dominik jetzt anfangen, hier mit dem Mikrofasertuch mit, nicht zu viel Druck, aber ordentlich das Ganze auszupolieren. Und auch wichtig hier unten, die Stellen einfach mitnehmen und dann schauen wir uns das mal an. So, ich hoffe, man kann es auf der Kamera erkennen. Schwarzer Lack ist natürlich für Kamera immer ziemlich schwer einzufangen, den Unterschied. Aber ich kann euch sagen, also man sieht schon den Unterschied zwischen polierter Stelle und nicht polierter Stelle. Du kannst auch ruhig das Tuch ein bisschen größer nehmen und auch mit beiden Händen ein bisschen mehr Druck ausüben. Einfach, du wirst das Ganze heraus polieren. Genau. Das ist natürlich kein Vergleich zu einer Arbeit mit einer Poliermaschine oder irgendwas. Das ist natürlich nur für, sagen wir mal, den großen Hausgebrauch. Aber ich denke mal, hier kann man den Unterschied schön erkennen. Hier sieht man mal den Unterschied gut. Also da kommt doch schon wieder ein ganz schönen Glanz auf den Lack. Und so wird Dominik hier jetzt die behandelte Motorhaubenseite einfach mal richtig schön auspolieren. Gut, und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier sieht man auch nochmal schön den Unterschied. Also ich denke mal, das Ergebnis wird richtig, richtig gut werden. Ja, also das Wachs hat sich sehr, sehr leicht auftragen lassen. Genauso wie das für helle Lacke. Also gab es überhaupt kein Problem. Und auch jetzt beim Abtragen, Dominik, das geht eigentlich ganz gut, oder? Ja. Für einen Lack von 2004 ohne jegliche Pflege und mit jeglichen Steinschlägen hier und Dellen drauf, ist das trotzdem schon mal wieder eine gute Pflege. Vor allem jetzt vor dem Winter jetzt. Gut, dann habe ich euch mal hier an die Hand genommen mit der Kamera. Also einen großen Unterschied erstmal so vom Glanz. Wir haben natürlich die andere Seite wenigstens richtig schön sauber gemacht mit dem Waschhandschuh. Und hier hat man auch die Steinschläge drauf, Leute. Das ist kein Dreck, das sind Steinschläge. Natürlich bei dem Baujahr ist natürlich sowas nicht zu vermeiden. Und jetzt kann Dominik einfach mal mit der Gloria, haben wir einfach mal den Zerstäuberfohren rausgenommen und jetzt einfach mal nur ein bisschen Wasser eingefüllt und kann es jetzt einfach mal hier auf die unbehandelte Seite regnen lassen. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Also hier ist weder Tropfenbildung angesagt noch irgendwas. Kannst du nochmal weitermachen. Einfach nochmal, dass ein paar Tropfen entstehen. Also hier ist auch von Ablaufverhalten überhaupt nicht zu sprechen. Der Lack ist so stumpf, also da müssen wir wirklich mal nochmal eine richtig schöne Behandlung machen. So und dann versuche ich nochmal genau dasselbe auf der behandelten Seite zu machen. Erstmal einmal drüber gehen. Und ich hoffe, man kann es auf der Kamera sehen. Und hier die unbehandelte Seite. Und ich schwenke jetzt einfach mal zu der Seite rüber, wo wir das Fusso-Code draufgesprüht haben. Und da sieht man schon, ich denke mal, es ist deutlich zu sehen, einen gewaltigen Unterschied. Selbst wenn ich so wenig Regen habe, da ist schon eine richtig schöne Tropfenbildung. Ja, hier in der Sonne sieht man es auch richtig gut. Ich gehe mal hier, na das ist zu hell. So ist es vielleicht gut. Also hier sieht man auch schon, der erste Tropfen macht sich schon hier auf den Weg. Kannst du eigentlich noch ein bisschen weitermachen. Also jetzt wird es schon richtig, richtig deutlich, was hier einfach dann abperlt vom Lack. Also Soft 99 hat hier wirklich ein gutes Produkt auf die Beine gestellt. Mit Kosten ungefähr von 25 Euro ist natürlich nicht unbedingt wenig. Aber für den Hobby-Autowäscher oder so, der da ein bisschen mehr Liebe und Pflege in sein Auto stecken möchte, ist das, denke ich mal, gut ausgegebenes Geld. Und es hält natürlich auch eine ganze Weile. Also ihr müsst das ja nicht jeden Monat machen. Das hält ungefähr vier, fünf Monate. Habt ihr immer noch so einen Effekt. Und da hält das Wachs natürlich eine ganze Weile. Gut, dann kannst du noch weitermachen. Kannst du ja mal nochmal auf die unbehandelte Seite hier nochmal ein bisschen mehr drauf machen, dass es mal anfängt abzulaufen. Genau, einfach sehr gut. Ganz deutlich zu sehen. Und hier auf der Seite. Super Ergebnis. Das wird dem Auto richtig, richtig gut tun. Und jetzt kannst du ja mal so viel sprühen, dass es richtig schön mal abläuft. Also hier sieht man auch, wie schön es abläuft. Und hier die Stelle, ich gehe mal mit dem Finger drauf, ist komplett trocken, Leute. Das kann ich euch 100% bestätigen. Dominik, mach du mal mit dem Finger drauf. Die Stelle ist absolut trocken. Hier ist trocken, richtig. Also das ist absolut genial, was hier runterkommt. Also jetzt wird es natürlich extrem deutlich. Und wir stehen hier nicht groß irgendwie am Berg oder so. Also Soft 99 Fussercoat auch für dunkle Lacke einfach immer wieder weiter zu empfehlen. So, ich wollte das natürlich auch nochmal ausprobieren. Das macht natürlich immer wieder Riesenspaß, einfach so ein top Ergebnis zu sehen. Also, was hier echt dann abläuft, das ist einfach ein super Ergebnis. Und jetzt werden wir natürlich nochmal den ultimativen Regentest machen. Also wenn Dominik mal unter einem Wasserfall stehen sollte mit seinem Auto. Dann machen wir es erstmal hier. Hast du es gut im Bild? Ja. Ablaufverhalten ist hier alles andere als positiv. Ihr seht richtig, da bleibt ein richtig großer, dicker Film zurück. Und wenn wir jetzt auf die behandelte Seite einfach mal rüber gehen. Das ist wirklich immer wieder erstaunlich und macht echt Spaß dazu zu sehen. Also wie gesagt, echt zu empfehlen, Leute. Ja, das war unser kleines Video nochmal hier zum Fussercoat von Soft 99 in der dunklen Version auf Dominiks Audi getestet. Also wir sind absolut zufrieden mit dem Ergebnis. Diesmal haben wir auch, denke ich mal, so wenig wie möglich Wachs aufgetragen. Und ich denke mal, das reicht auch völlig aus. Und hier nochmal in der Demonstration mit diesem Kreuzstrich. Ihr könnt natürlich auch diesen Wellenstrich benutzen. Das funktioniert bei meinem Auto genauso gut. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, natürlich wie immer einen Daumen hoch. Die Links zu den Produkten findet ihr natürlich wieder unter dem Video. Und ansonsten möchte ich noch sagen, erstmal bin ich echt beeindruckt, was da für eine Resonanz zum Weihnachtsgewinnspiel gekommen ist bis jetzt. Also das Video ist jetzt ein Tag online in dem Moment jetzt. Und es sind schon jede Menge Weihnachtswünsche eingegangen. Manche Weihnachtswünsche, die würden am Ende überhaupt nicht in das Paket reinpassen und übersteigen den Wert völlig. Aber wenn ihr mich weiterhin so gut bei Amazon unterstützt und ich sage das ganz, ganz offen zu euch, Leute. Wenn ihr Weihnachtsgeschenke oder so für eure Familie, Freunde kaufen wollt und ihr macht das über meine Links, dann kriege ich natürlich wie immer eine kleine Provision. Und die kann ich natürlich immer wieder in Gewinnspiele stecken. Ich danke euch fürs Zusehen. Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Herzlich willkommen hier zum sonnigen Scheiße noch mal. Warte mal. Ich will irgendwas sagen, dass heute die Sonne scheint. Ich würde einfach drauf zeigen. Guck mal. Was ist da los? Ich bin echt bis jetzt sehr, sehr zufrieden und Quatsch. Aber gut, der Anfang war gut. War gut, war gut. Geht los. Achtung. Das ist immer der Anfang. Ich mache es mir eben mal improvisieren und gucke, was ich sagen kann.